Scheiße, Scheiße. Also irgendwo wurde ich entdeckt, keine Ahnung wieso. Keine Ahnung. Ich auch. Keine Ahnung wo der liegt. Gewonnen. War da oben versteckt oder wie? Das ist gut. Level 5. Ich hab da noch nicht so viel gespielt du Arsch ey. Mecker nicht, sonst mecker ich. Genau. Wir müssen verteidigen. Wir sind in der Mute. Tornado fehlt noch mit dem Operator. Wir müssen noch nicht verräumt. Wir müssen noch mal mit dem Mac. Wir müssen noch mit den Tag arbeiten, wir müssen noch ein paar Mal machen. Wir müssen noch ein paar Mal machen, wir müssen noch mal von dem Bild. Wir müssen noch ein paar Mal machen. Wir müssen jetzt schon mal in der Primärmitte. Die Geisel muss beschützt werden. Den Raum sicher. Wo denn? Tür abgesperrt! Bei Dizzy, bei Dizzy, bei Dizzy. Hier einer. Okay. Wo, wo, wo? Wo noch? Tür sind einsatzbereit. Gegner Drohne hat die Geisel lokalisiert. Auf Angriff vorbereiten. Nur noch 10 Sekunden. Tür sind einsatzbereit. 5 Sekunden. Marikade bereit! Der Gegner hat Sichtkontakt zur Geisel. Ja, ich hab eine. Perfekt. Haben wir alles gesichert? Ich hab noch einen Störsender. Hier brau... Wo denn? Bei wem? Ich hab extra hier das Ding hierhin gemacht, weil ich auf Nummer sicher gehen wollte, dass ich keine Granaten durchschießen. Oh, das war oben. Alter. Warte mal, ich geb dir Heisenberg, ich geb dir noch Deckung. Noch mehr Deckung. Ach stimmt, Entschuldigung. No, ich glaube ich bin. nhưng? Gebetet. Zweiter Schock. Mobilschutz! Gebetet. Gebet. Hinter uns! Nein! Oh, der hat mich auch erwischt! Ein Gegner verbleibt. Ja, schnell, schnell, schnell! Wir sind so weit hinten, wie es geht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Geht es dir besser! Die sind oben! Halt still! Oh, alter Dissi! Fünfzehn Sekunden noch. Zehn Sekunden übrig. Fünfzehn Sekunden noch. Eigener Druck Siegreich. Ich schieße mal auf die Heide! Wo sie alle rumliegen! Geil! Geil! Das war einfach so geil! Die dachte echt, wir sind alle hier! Oh Gott! Das war dumm halt! Echt geil! Das hat mir wieder gefallen! Ah, Mann! Macht das Spiel Bock, ey! Ihr müsst die Geisel lokalisieren! Ihr müsst die Geisel lokalisieren! Aber richtig! Ey, COD kannst du nicht hiermit vergleichen, ey! Einer ist raus! 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 Zehn Sekunden bis Einsatz! Einer ist raus! Einer ist raus! Einer ist raus! Einer ist raus! Geisel gesichtet! Ich hab Termit! Ich hab Termit! Ich geh oben! Ich würd sagen, über Dach gehen wir rein, ne? Das ist es ja! Wenn nämlich nicht, dann können wir es machen! Das haben die wahrscheinlich nicht! Ich geh hoch! Ja stimmt, Adi auch wieder! Ach Scheiße! Da drüben! Ich scanne nach Elektronischen Geräten! Ich scanne nach Elektronischen Geräten! Hä? Wieso? Ey, das ist doch nicht normal! Kommt einer schon mal runter? Äh, ich halt diesen Scheiß gedrückt, damit der... So, leck mich da auf den Arsch! Danke fürs Heilen! Danke fürs Heilen! So! Seht ihr? Wo kann ich hier aufsprengen? Wo kann ich aufsprengen? Ich mach schon! So! Okay! Gut, dann... mach! Schau, dass keine Handgranaten dabei hat! Schau! Schau! Ich lasse ihre Schuhe! Ich habe eine Blitzkanate! Schau! Ach, die mehr! Nein! Nein! Ich lade mein Magazin! Also ich habe doch richtig gesehen, wo er war! Habe ich also doch richtig gesehen, ey! Nein! Nein! Die sind ja Deb'lich! Ohohábale pleasure! Er kennt die Geise! Er kennt die Ge!? Hey! Entschuldigung! Alter geil. Den Raum befestigen. Die Geisel muss gesichert werden. Ich habe hier eine Störung hingelegt. Ich glaube, das war ganz okay so, ne? Was? Deine Feinde haben die Geisel gefunden? Wie geht das? Überall ist noch ein Störsender. Was? Wo? Wo ist sie? Wo ist ein Loch gewesen? Ach, da. Ist alles gut verstärkt, oder muss noch was verstärkt werden? Ja, 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 ja. Keine Sorge mehr wegen der Karate. Feinde. Ziel gefunden. Ich kann hier oben... Ja, ich weiß, ich habe es gesehen. Ich weiß. Das kalkuliere ich ja mit. Shit! Dort ist die Schlange.